So rein, Schnick, Schnack, Schnuck, wer kriegt hier 8 Packs. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich beginne. It's your time! Alles klar. So, geh ich rein. Bist du doch. Da bin ich da. Und so, da habe ich das Duell schon verloren. Da bin ich da. Ah, sag das nicht. Das ist wichtig. Wenn er erst auf die Bank geht, wird es ein saugutes Wach. War bis jetzt immer so. Gehen wir. Wart, wart, wart. Ich muss das Ding mitnehmen. Ach du Scheiße, geht wieder auf Safety First. Ganz wichtig, Jungs. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Nein, er hat die falsche Position geklickt. Scheiße. Oh, du hast nicht geklickt. IV. Oh, das ist der Fehler. Nochina. Jetzt kommt da Kattuso so safe. Toll, wir schreiben privat. Luis, Philippi. Luis, Philippi. Ich bin schwer. Danke. Oh. Schwierige Angelegenheit noch. Müssen wir mitnehmen. Entzähl mal Horror Story, Digga. Ich hatte letzte Horror Story. Ich wird, also, bei mir läuft der Saugropper da nachts um 0 Uhr, ne? Oh, yes, Baby. Wow, Digga. Und ich liege im Bett. Und höre auf einmal, Alter, unten voll die Poldergeräusche, Alter. Bam, 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 bam. Ich denk so, Digga, was ist da los? Richtig, kennst du das so richtig unwohl auf einmal so? Ich denk so, oh, scheiße, wenn ich jetzt die Tür rausgehe, da steht jemand. Aber, ich hab neben meinem Bett eine schöne Baseballschläger liegen, wo bin ich das ganze Haus getigert, so von oben nach unten auf ganz entspannt. Baseballschläger. Und am Ende war es einfach mein gottverdammter Saugroboter, der im Gästebad startet und ist immer wieder an die Tür gefahren und es hat sich immer so angehört, wie so klopfen. Ich hab ne halbe Herzinfarkt. Oh, nein. Ich hab echt ne halbe Herzinfarkt. Da bist du doch. Dein Torwart ist schon krank. Aber wenn du eine Icon ziehst jetzt im Tor, dann ist es entstationada. Muss ich wirklich mit dem gehen? Ja, muss ich. Ach Gott, gönnen die wieder. Der bringt mir gar nichts. Bringt mir gar... Ja, bringt nicht viel. Ich kann mit mir. Aber es bringt nichts, da ich eine bessere Position drin hab. Ich glaub, ich krieg schon nochmal wieder Fax, ne? Bei mir brodelt's gut durch heute. Super, ich kann den hier mitnehmen. Hattest du keine Silberkarte im Draft? Wow. Gibt mir auch gar nix. Mit nix, ne? Maximale 191 ist drin, Bro. Mit vier Icons und nicht nur 100er Chemie ist schon ne Leistung, Digga. PJ schreibt Erwixen für Gaucho und Gaucho irgendwo hin. Ah, Ehre. Ja, das ging vielleicht noch PJ, ne? Troppt er auf die 91 halt. Nein, troppt er nicht. PJ Ehrenmann. 192er Ehre. Hepp, zack, rein in die Olga. Wow. Yeah. Das Problem ist, ne? Was du falsch gemacht hast, ne? Okay. Du gehst erst auf die linke Zeit, um, zackst dir Icon ein, ne? Lächerlich. Von dort aus springt man auf die rechte, nimmt die nächste Icon mit. Na gut, er braucht ja auch nix anderes als 10 Tage Draft. Uh. Uh. Wer hat die Icons, Bro? Da bist du doch. Kennst du die zwei? Ja, die kenn ich. Ey. Die hatte ich leider nicht mehr. Nee. Uh. Uns geht's gut, ob wir dir auch. Komm, Davids. Schwing die Kufe. Schwing die Kufe. Da stecken. Sehr gut. Ne, musst du mitnehmen. Heifisch. Er lacht so schön. Guck mal, was wir mit dir anfangen können, Bro. Boah. Hef. Der ein Glück. Hef. Hef. Und wie viele Icons der kriegt. Hef. Er kriegt aber auch Karten, ey. Hef, hef. Und kacken in die mal rein. Ja, nimm doch mit. Den kann ich halt noch setzen, ne? Für die Startelf kann ich schon noch ein bisschen was rausholen. Toban haut so aus. Ich hab keine Chance gegen Tolunia. Kommt nochmal zwei Duber oben drauf. Ehre. Tice on. Darkseid Storm kommt in die VIP-Army. Üb. Maula. Wieder ein 93er. Maula. Üb. 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 Wie ist das? Oh, schmeißel. Ich schmeißel ihn. Oh, ja. Oh, ja. Den brauchen wir gar nicht. Komm, dann würde ich mal Ehrenmann. Dann hauen wir mal den kurz raus. Ich kann auch in Müller stelle. Kinder. Das wird sogar eine 93er scheiße läuft. Wahrscheinlich muss ich jetzt schon gar nicht mehr viel machen. Wir holen mal den Braten rein. Wir können den hier noch hier hinbringen. Holen den noch raus gegen den. Ja, das langt nicht. Wichtig. Maula. ZDM kann es noch stellen. Ja, wir können aber auch noch den. Gegen. Ich habe doch eben einen schlechteren gesehen. Ja, hier, Jordi. Jordi. Wahrscheinlich, wenn der Maula jetzt noch da reinkommt. Boah, richtig. Hä? Digga, was? Langt nicht. Alter, krass. Meiner sah dagegen richtig gammelig aus. Hä, Digga, wie kann das sein? Ja, ist knapp auf den Ding. Hättest du dir jetzt sagen, was du 97er Zidane gekriegt hast, dann wärst du durch. Jesus. Hä, Digga, was? Digga, was? What the fuck? Krägt ab, das Ding. Wie kann das sein? Geht's in den Gulag rein? Krank, Digga. Wirklich krank, sowas. FIFA ohne Sinn, aber komplett. Selbst da verarschen sie die Leute im Trab. Meiner war genauso gut. Wow, Digga. Sehr geil. Machen wir Gewinner, krieg beides, weil ich muss auch noch schnell einkaufen. Okay. Wunder Tüte plus Packs im Store. Am Ende zählt's. Boah. Nehme ich die hier schon. Die sind alle jürgstie. Aber das ist sauschwer damit. Die ist schwer. Oh ja. Archie, kriegt man ja immer einen Archie. Oh, Riberyfe. Crespo, ich brauche einen Crespo, Digga. Bobby sieht geil aus, aber das bringt mir nichts. Ich will mit Niederlechner gehen. In Sonny komme ich weiter. In Sonny Kittel komme ich weiter. Niederlechner geht schon Mauder. Sonny Kittel komme ich weiter. Aber die sind auch wieder nur 90er. Ganz wichtig. Wie viele Icons wollen sie? Ja. Label. Yuri geht mit. Scheiße. Jetzt hätte ich den Label gebraucht. Egal, Kinder geht rein. Wer kann das? Boah, sieh, ha? Scheiße, Jungs. Boah. Frust ist einfach draufgedrückt. Torwart fehlt noch. Können wir das später abholen? Machen wir keinen Druck. Sorry, sorry. Ich wollte es ja nur. Gulashi. Gulashi. Nehme ich mit die Gulashuk. Gulashuk geht mit. Boah, ich kann auch mit der Gug die Gulashuk essen. Das wird geil. Das ist aber halt gar nichts. Aber die Seite ist eh noch komplett lost. Da, ich nehme mal mit. Es ist korrekt oder? Ich weiß. Shut up, Marino. Fast abgerunscht. Ich muss Salah hier eigentlich mitnehmen, Jungs. Oder gehe ich mit Keisemiro? ZDM steht. Ich gehe mit Salah. Ich gehe mit Salah da drüben. Gulash-Suppe für 34 Grad im Büro. Ich gehe mit. Den mal mitnehmen. Du hast ja schon ein paar Baustellen. Ja, brutale Baustelle. Der bringt mir gar nichts. Was ist den hier mitnehmen? Och, nee. Musikett. Lieberhin. Das ist alles richtiges da. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Was will ich denn noch mit dem? Da pustest du schon gut, ne? Da sitzt du schon gut im Ursaic hinter drin. Ja, grüß dich. Mein Name ist Jordi. Ich bin der Ollawolf. Na, Ehre. Ja, grüß dich. Da bin ich wieder. Jordi. Das ist einfach 89. Das ist das traurig. Das ist ja gar nichts. Aber nämlich mit. Ich kann noch Neuer noch mitnehmen. Ich brauche das hier. Das ist wieder nichts Besonderes hier. Jetzt, Kosta rein. Bringt nicht mehr wie Ding. Musst du mehr bringen. Bringt das da rein, ja. Aber es war es aber schon wieder. Mehr ist ja nicht drin. Uff, Sané zu Bayern. Perfekt. Krank. Wenn der auf die 92 springt, ne? Dreh ich durch. Springt nicht. Dann wäre ich richtig durchgedreht jetzt. Außer wir bringen Messi hier rein. Naja, der kann nicht hochgehen. Ach, scheiße. 191er. Mehr kann ich aktuell nicht. Ich bin schon zur Zeit auch mit dem schlechten Fahrwasser, ne? Schlechte Draftfahrwasser. Die ist es schon wieder, ne? Ich war gerade bei KFC. Boah, geil. Könnte ich auch mal wieder essen. Ja, such sie doch aus. Guck mal da, weh doch einfach. Ehe, weh. Ich bin auch ein Ockelmolador. Ich habe eigentlich Sprachprobleme in letzter Zeit. Wobel. Ich bin auch Gerüte. Ich habe immer nur so gute Karten, man. Umgebot. Komm, es wird zwar schwer, weil ich nehme mich mit. Boah, Jungs, zu KFC. Wie hätte ich jetzt Bock auf KFC? Boah, halt doch das Maul. Halt doch was zum Maul. Und du, Fries. Aber ich könnte auch dich mitnehmen, das ist wie so hängst. Komm, Mariano. Komm, in meinen Team. Dicke, wo kacken die denn mal rein? Melke mittendrin. Hümmel. Hümmel. Ehre. Ja, im Sommer. Ehre. Ja. 92. Oh, das klingt so viel. Was ja kostet nur 50 Mios, den wir uns ja kaufen können, das ist ja ne. Ich bin ein paar Mal Sky noch, wäre da drin gewesen. Ja. Wir zahlen ja pro Video in eine Mio. Wir hatten es aber jetzt nur 49 Mal. Kommst du her. Wie krass wäre das denn Sky pro Produktplatzierung eine Mio? Ach, halt das Maul. Was ist denn so unfair? Nimm doch mit. Digga, da kommen aber auch keine Schmutzkarten. Er kriegt immer, egal wo, was mit einer 90. Er kriegt zu viel, wirklich. Wirklich. Komm, geh heim. Digga, das ist nicht normal. Ja, hier, bitte. Da suchst du dir aus. 91er, 93er, 94er. Ja, nimm es dir doch. Ah, du. Erste schlechte Spieler. Ja. Ja. Was hattest du? 91er. Was du noch auf der Bank sitzt hast. Ich kann nicht mehr so viel, ne? Ja, aber es langt. Da heißt die 92. Sind sie schon da? Ja. Da möchtest du doch. Das ist echt frech, Alter. Nur noch Chemie, aber die kriegst du auch easy hin. Wird wahrscheinlich auch reichen. Ja, hol ab. Passte. Jetzt kommt keiner. Na, da. Bist du doch schon. Wöpfelt. Komm, öffne deine Packs und freu dich. Alle Digga, was ist das denn? Hast du mal so tief gesungen, gell? Oh. Nein, das wird aber wahrscheinlich sein. Icon. Nein, es ist Winter Refresh. Es ist Winter Refresh. In Käse. Warum sagst du Icon? Ich habe die uns aufgenommen, es war aus wie noch. Ich hatte die gar nicht mehr auf dem Ding. Warum sagst du Icon, Digga? Digga, es sah aus wie eine Icon, sag ehrlich. Es sah eigentlich krass aus. Wow. Kostet das so viel? Ja. Ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm. Hauptsache, no yet. Ich dachte, er macht mit Coins auf und es ist eine Icon drin. Mit dem weiße Ding, wo die Funke runterkommt. So hatte Simon früher die Frisur. Und ich hatte sie schon immer so. So ist das echt gut außerdem, gell? Brutal, Typ. Liegt richtig gut, ne? So, hau die Monatüte raus. Was ist denn, wenn ich sage, wir kriegen jetzt Winter Refresh? Ich sage Shapeshifter. Ich sage Winter Refresh. Ich sage Shapeshifter Frankreich Ribery. Ja, Winter Refresh. Okay. Promme von unserem Team, ne? Der ist aus dem Team rausgefallen. Warum? Ich kann es aber erinnern. Wow. Wow. Moin. Servus, moin. Und wie immer gehen wir enttäuscht ins Bett. Ses,лись. Fi-a-t ski. Musik. Auf Wiedersehen. Hawi-t 좀 gehen agua-tscheime. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.